Ein Ankersteg, den Ashley im Handbook of Boat Sailing erschienen London 1904 gefunden und bekannt gemacht hat. Ein sehr fester Knoten. Das Arbeitsende wird von hinten zweimal um den Fixpunkt geturnt. Dann wird das Arbeitsende unter die stehende Part geführt und zweimal über diese beiden Parts geturnt. Einmal, zweimal zuziehen. Wir haben den Ankersteg aus dem Jahre 1904.